Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei mir, Pyronik. Wir testen heute die Kryptonit von Bröckhoff. Enthalten sind zwei Stück. Und ja, dabei handelt es sich um Bodenwirbel. Und wir haben hier eine NEM, finde ich zumindest mal ganz interessant, wenn ich sie finde. Beziehungsweise hier unten wieder die ganzen Gefahrenhinweise von Bröckhoff. Und die NEM, die steht, finde ich sie ja da. Ich hoffe man kann das vielleicht erkennen. Wir haben pro Stück 3,5 Gramm. Und da zwei drin sind, die 7 Gramm. Und ja, wie sehen die Teile aus? Ich muss es mal kurz öffnen mit meinem Cutter. Na. So, nehmen wir mal einen raus. So sehen die Teile aus. Echt witzig. Ich bin gespannt, ob sie sich drehen. Wenn wir mal schauen, wünsche ich euch viel Spaß beim Test der Kryptonit von Bröckhoff. Kryptonit von Bröckhoff. Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Und noch ein zweiter. Leider sieht es auf der Kamera nicht so gut aus. Aber in echt sehen die echt richtig gut aus. Mit dem Grün und der Verwandlung mit Rot. Gefällt mir.